Wieso bist du der einzige Mann, der mit mir zusammenbleiben will? Ich weiß es nicht. Aber du willst es. Ich will es. Lass uns gehen. Okay. Wieso ist Mom so anders, wenn andere dabei sind? Ich glaub, so ist sie einfach. Liebst du mich? Ja, natürlich. Dir wird nicht langweilig? Nein. Sie stellt ihre Affären ungeniert zur Schau und das offen vor uns allen. Du verdienst was besseres. Sie ist anders. Und das mag ich an ihr. Ich will einfach ein bisschen Spaß im Leben haben. Willst du mir verraten, warum du nicht zu Hause geschlafen hast? Eigentlich nicht. Das ist kein Spiel, Melinda. Es war immer nur ein Spiel. Nein! Nein! Hoch, hoch! Hast du ihn? Die Wahrheit ist, wärst du mit einer anderen Frau verheiratet, würdest du dich wahrscheinlich umbringen. Voll unter Langeweile. Ich will dich nicht mehr tun. Ich will dich nicht mehr tun. Ich will dich nicht mehr tun. Es ist ein Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020